der bildschirm wird zwar relativ rot oder feurig aber du nimmst sehr sehr wenig schaden dadurch ja obwohl dir eigentlich was anderes signalisiert wird deswegen man hat immer die firma nimmt übelst viel schaden bei thermit ja eigentlich muss man dran denken einfach mal kurz mal so ein blick nach unten links zu werfen auf die platten das manchmal ist wirklich nicht viel obwohl so visuell halt dargestellt wird als ob du gleich tot bist aber ist aber auch die soundkulisse weil halt viel zu laut ist in dem spiel kommt das halt zu bedrohlich einfach rüber ja genau aber du kannst grundsätzlich kannst du durchspringen oder durch rennen was du nicht machen solltest logischerweise stehen bleiben weil du denkig ist klar aber sonst wenn du nicht damit direkt getroffen wirst ist das eigentlich wirklich nicht nicht weiter will als sollte eigentlich vom pushen abhalten sagen wir mal so naja weil ich bin dann immer so zögerlich was haben wir denn hier noch was ist denn das hier ok m60 ach du scheiße nicht mit dem visier auf hast du noch eine platte übrig ach so du bist ja gar nicht grün ich habe noch gar nichts aber ihr schon einig könnte reichen aber die sind alle bei dem chemical von dem eckgebäude mein ich ok aber unsere mates sind noch hier war ich glaube lila holt jetzt mal ein loadout alter vier mal muss ich da drücken ja wollen wir pushen gehen oder aber nur wenn die mit so hoch tatsächlich aber die ich glaube eckgebäude ist südwart los tatsächlich ich habe wieder diese markierung oh gott das arme kärchen alter der hatte gar keine chance robert ihr habt deine ok den kill krieg nicht okay obwohl ich den k.o. hatte auf dem dach hier aber ich werde mal runter gesehen ich weiß schon dass ich hier weg gesnippert werde oben auf dem wasserturm mhm er ist reingepuscht da oben am wasserturm oh jetzt ist der tot danke shield break da oben ah der ist jetzt weggerannt ich würde halt mal auch rüber mit den anderen glaube ich ja wahr also zumindest mal so in die richtung die müssen ja kommen jetzt eigentlich bei mir doch ich steine schritte oh gott das ist ein ernst ich sagte zu ja bevor du den k.o. hast lass mal meinen load aufgeliehen dann kommen wir gleich nochmal wieder schritte hier bei mir ah hab ich die mc10 geht aber gut ab aber weg jetzt wieder ein hier kommen noch mehr wo bist du denn du unten war oder bist du das kann man sagen dass du das warst ich bin hier oben gerade ah ich bin unten ja hast du eine tür gerade wofür das ja das war ich wir können ja auch erstmal zum hafen gehen ja markierung der zielposition ja sind natürlich die mates jetzt dann nicht dabei aber halt mit pech ja du brauchst noch platten ne ich hab vier noch ok hier war ich auch schon dran und schade hier sind ja auch noch kisten irgendwo ist da noch eine kiste da ist noch ungelootet sehr schön kommen die jetzt mal zu uns endlich ne na lila ist jetzt hier ja grün so dann kann ich hier mal eigentlich direkt mal weiter hier lang war zum blauen ach 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 so ich werde mal gleich oben und erinnere wieder ja ja, jetzt kommen wir genau so waltig umhören ja, wenn, ah nicht zu blöd könnte halt auch noch was drauf sein, ja? wird wahrscheinlich auch ach so, wir könnten nochmal loadout holen beim shop, ja, stimmt ich gehe mal zum shop hier am hafen, ja ähm, bist du auch hier? ja, gut, dann werf ich nämlich hier nochmal hin ich droppe mal ne Muni-Kiste, ja kann das hier jemand gebrauchen ok, ansonsten habe ich eigentlich alles verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet Drohne, Drohne ich habe jetzt mal die neuen Perks mitgenommen einmal das mit der durch die Wand gucken und das sind jetzt nur zwei Platten brauche siehst du, jetzt bei mir müssten die Platten golden angezeigt werden ja, stimmt oder gelb, ja ja, ok ja, ist natürlich geil, ne du kannst dich jetzt mit einem vollen Plattensack viermal komplett teilen ja, klar schlecht ist schon nicht schlecht schlecht ist es nicht ja, ja jetzt wird man direkt ins Gebäude ach ja, wollen wir hier unten ins Gebäude? genau ja, wir können ja mal auf Sach, genau mal gucken ist da ein Suchauftrag ja, er wurde getroffen ja, er wurde getroffen hm manchmal habe ich keinen Eindruck die sagen das doch einfach nur läuft jemand? ja, war doch unser Mate das ist er, ja er ist schon drinnen grün ist da drüben soll man vielleicht auch mal hin, war? ja, komm dann brauche ich ja, hilf mal wo nach ist er noch nicht beschossen worden? wie denn da ein Cowboy? ja, nee ja, das ist doch der Kassier ja, ja, nee, denn er meine oh, hier ist einer drinnen ja, komm nicht rein, guck mal ich, ich stacke ich sehe es nicht mies ach ja, meine, Lano ist ja bitter, ey total schwungbar im Haus sind so viele verwölkt, ja? im Nebenhaus? ja hier K.O. hey, war der K.O. Ron, finischt der nicht? oh da hat er fest team hype jetzt müssen wir eigentlich unten ins Prison rein, ey wir müssen, wir gehen auch unten ins Prison rein, denke ich das Gas nähert sich dir hier dürfte ja keiner mehr sein eigentlich nicht, ne wundert mich, dass noch keiner vorm Dach sniper hat vom Prison Dach ich gehe jetzt schon mal los bevor die sich zeigen da, die Penner der ist jetzt genau in der Gaswolke drin, der Penner die Penner der Grüne der Grüne der Grüne glocken die Penner die Penner der Grüne na, tot ich, ich komme damit nicht klar, mit dieser Milano hier ist er, hier ist er Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Du bist noch im Rennen. Muss mir mal Platten geben. Gleich wieder am Start. Hier kommt einer. Hier unten noch. Achtung, verbündeter Präzisum. Nur noch 5 übrig. Ah, da war die Sau. Ah, krieg ich auch nicht. So eine Scheiße. Jawoll. So eine Scheiße. Sorry, ich glaube, ich habe den geklaut, weil ich bin nämlich, habe die Schritte von dem gehört und bin mit der Gasmaske hinter dem hinterher. Ja. Hat der nicht gecheckt. Ja, easy. So einfach ist das. Ja, scheiß Runde. Oh Gott. Geh mal ins Hauptmenü. Ja. Bitte. Kann, kann jetzt gerade nicht Pause drücken, aber gleich hoffentlich. Das habe ich auch komischerweise immer mit dem Padden mit der Tastatur jetzt jederzeit. Ja. Eigentlich kann ich sonst zumindest Pause drücken. Das ist jetzt seit einem Update wieder neu. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020